Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der komplexen und pragmatischen Texte an. Viel Spaß beim Video. Theoretische Modelle der Autor-Rezipienten-Kommunikation bieten wertvolle Einblicke in die Mechanismen und Dynamiken, die zwischen Autoren und ihren Lesern ablaufen. Diese Modelle helfen, den komplexen Prozess der Bedeutungskonstruktion und Vermittlung zu verstehen, indem sie verschiedene Aspekte und Perspektiven der Kommunikation beleuchten. Ein umfassendes Verständnis dieser Modelle ist unerlässlich, um die Interaktion zwischen Textproduzenten und Textrezipienten effektiv zu analysieren und zu gestalten. Das Sender-Empfängermodell, eines der grundlegendsten Kommunikationsmodelle, beschreibt den Prozess der Übertragung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger. In der Autor-Rezipienten-Kommunikation fungiert der Autor als Sender, der eine Botschaft kodiert und über einen Text übermittelt. Der Rezipient oder Leser dekodiert die Botschaft und interpretiert deren Bedeutung. Dieses Modell betont die lineare Natur der Kommunikation und identifiziert potenzielle Störquellen, die den Informationsfluss beeinflussen können. Es bietet eine klare Struktur zur Analyse der einzelnen Kommunikationsschritte, bleibt jedoch in seiner Einfachheit oft den komplexeren Aspekten der literarischen Kommunikation nicht gerecht. Die Rezeptionstheorie geht über das einfache Sender-Empfängermodell hinaus und betrachtet den Leser als aktiven Mitgestalter der Bedeutung eines Textes. Laut dieser Theorie ist die Bedeutung eines Textes nicht fest und unveränderlich, sondern entsteht im Zusammenspiel zwischen Text und Leser. Der Leser bringt seine eigenen Erfahrungen, Erwartungen und Kenntnisse in den Leseprozess ein, wodurch die Interpretation eines Textes individuell und subjektiv wird. Diese Theorie hebt die Rolle des Lesers in der Autor-Rezipienten-Kommunikation hervor und zeigt, wie wichtig es ist, die Vielfalt der möglichen Lesarten zu berücksichtigen. Ein weiteres bedeutendes Modell in diesem Bereich ist die Intertextualität, die die Verbindungen und Bezüge zwischen verschiedenen Texten untersucht. Kein Text steht isoliert, sondern ist immer Teil eines größeren Netzes von Texten, die sich gegenseitig beeinflussen und kommentieren. Diese intertextuellen Bezüge können explizit durch Zitate und Anspielungen oder implizit durch thematische und stilistische Ähnlichkeiten hergestellt werden. Die Intertextualität betont, dass die Bedeutung eines Textes oft durch sein Verhältnis zu anderen Texten geprägt wird und dass Autoren bewusst oder unbewusst auf bestehende literarische Traditionen und Diskurse zurückgreifen. Ein weiteres Modell, das die Komplexität der Autor-Rezipienten-Kommunikation verdeutlicht, ist das Modell der impliziten Leser. Dieses Konzept beschreibt den idealen oder intendierten Leser, den der Autor beim Schreiben eines Textes im Kopf hat. Der implizite Leser ist ein konstruiertes Konzept, das auf den Annahmen des Autors über die Fähigkeiten, Erwartungen und Bedürfnisse des Lesers basiert. Dieses Modell hilft zu verstehen, wie Autoren ihre Texte gestalten, um bestimmte Reaktionen und Interpretationen BI ihren Lesern hervorzurufen. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, die Zielgruppe eines Textes zu kennen und zu berücksichtigen. Die Hermeneutik, eine weitere wichtige Theorie, beschäftigt sich mit dem Verstehen und Interpretieren von Texten. Sie betont die Bedeutung des hermeneutischen Zirkels, bei dem das Verständnis eines Textes durch den ständigen Wechsel zwischen dem Ganzen und seinen Teilen entsteht. Der Leser interpretiert einzelne Textpassagen im Lichte des gesamten Textes und umgekehrt. Dieser Prozess ist dynamisch und zirkulär, da neue Erkenntnisse und Interpretationen ständig entstehen und das Verständnis des Textes vertiefen. Die Hermeneutik hebt hervor, dass das Verstehen eines Textes ein aktiver und kreativer Prozess ist, der sowohl analytische Fähigkeiten als auch Empathie erfordert. Ein weiteres Modell, das in der Analyse der Autor-Rezipienten-Kommunikation eine Rolle spielt, ist das Modell der Kommunikationsstörung. Dieses Modell untersucht die verschiedenen Arten von Störungen, die den Kommunikationsprozess behindern können, wie zum Beispiel kulturelle Unterschiede, sprachliche Missverständnisse oder technische Probleme. Es bietet Strategien zur Identifikation und Überwindung dieser Störungen, um eine effektivere und klarere Kommunikation zu ermöglichen. In der literarischen Kommunikation können solche Störungen durch unterschiedliche kulturelle Kontexte oder durch die mehrdeutige Natur literarischer Sprache entstehen. Die Pragmatik, ein weiteres wichtiges Konzept, untersucht die Beziehung zwischen Zeichen und ihren Benutzern. In der Autor-Rezipienten-Kommunikation bedeutet dies, wie Autoren ihre Texte gestalten, um bestimmte kommunikative Ziele zu erreichen und wie Leser diese Texte interpretieren, um ihre eigenen Ziele zu erfüllen. Die Pragmatik betont die Rolle des Kontextes und der Intentionen in der Kommunikation und zeigt, dass die Bedeutung eines Textes oft von den spezifischen Umständen seiner Produktion und Rezeption abhängt. Schließlich spielt die Diskursanalyse eine wichtige Rolle in der Untersuchung der Autor-Rezipienten-Kommunikation. Sie analysiert, wie Machtstrukturen, Ideologien und gesellschaftliche Normen in Texten repräsentiert und durch sie reproduziert werden. Die Diskursanalyse untersucht, wie Sprache verwendet wird, um bestimmte Perspektiven und Weltbilder zu fördern und wie Leser diese Diskurse aufnehmen und hinterfragen. Sie zeigt, dass Texte nie neutral sind, sondern immer in spezifische soziale und politische Kontexte eingebettet sind. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Deutsch. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Der Einfluss digitaler Medien auf die Autor-Rezipienten-Kommunikation ist ein Thema von großer Relevanz, da die Digitalisierung nahezu alle Aspekte unseres Lebens transformiert hat. Besonders die Art und Weise, wie Informationen produziert, verbreitet und konsumiert werden, hat sich durch die Einführung digitaler Medien grundlegend verändert. Diese Veränderungen haben sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen Autoren und ihren Lesern. Zu Beginn des digitalen Zeitalters brachte das Internet eine Demokratisierung der Informationsverbreitung mit sich. Früher war die Veröffentlichung von Texten und anderen Inhalten auf einige wenige, meist professionelle Autoren und große Verlage beschränkt. Heute kann jeder mit Internetzugang eigene Texte veröffentlichen und potenziell ein globales Publikum erreichen. Diese Demokratisierung hat eine Vielzahl neuer Stimmen und Perspektiven in die öffentliche Diskussion eingebracht, was zu einer größeren Vielfalt und Dynamik in der Autor-Rezipienten-Kommunikation geführt hat. Ein weiterer bedeutender Einfluss digitaler Medien ist die erhöhte Interaktivität zwischen Autoren und Rezipienten. Früher war die Kommunikation weitgehend einseitig. Autoren schrieben Texte, die Leser passiv konsumierten. Mit der Einführung von Kommentarfunktionen, sozialen Medien und interaktiven Plattformen hat sich dies grundlegend geändert. Leser können jetzt unmittelbar auf Texte reagieren, Fragen stellen und Diskussionen anstoßen. Diese direkte Rückkopplungsschleife ermöglicht eine engere und dynamischere Beziehung zwischen Autoren und ihren Lesern. Die Geschwindigkeit, mit der Informationen heute verbreitet werden können, ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Digitale Medien ermöglichen es, Nachrichten und andere Inhalte in Echtzeit zu teilen. Dies hat die Erwartungen der Leser verändert, die nun eine schnelle und kontinuierliche Aktualisierung von Informationen erwarten. Autoren stehen unter dem Druck, zeitnah auf Ereignisse zu reagieren und ihre Inhalte ständig zu aktualisieren, um relevant zu bleiben. Diese Beschleunigung der Kommunikationsprozesse hat die Arbeitsweise von Autoren und Journalisten erheblich beeinflusst. Die Möglichkeit, Inhalte multimedial zu gestalten, ist ein weiterer Vorteil digitaler Medien. Texte können nun durch Bilder, Videos, Audioaufnahmen und interaktive Elemente ergänzt werden. Diese Multimedialität erhöht die Attraktivität und Zugänglichkeit von Inhalten und ermöglicht es den Autoren, komplexe Informationen auf anschauliche Weise zu vermitteln. Für die Leser bedeutet dies eine reichere und vielfältigere Erfahrung, da sie Informationen auf verschiedene Weisen aufnehmen können. Ein wichtiger Aspekt der digitalen Medien ist die Personalisierung von Inhalten. Algorithmen analysieren das Verhalten und die Präferenzen der Nutzer und liefern ihnen maßgeschneiderte Inhalte. Dies kann die Relevanz und die Zufriedenheit der Leser erhöhen, birgt jedoch auch die Gefahr der sogenannten Filterblasen. Filterblasen entstehen, wenn Nutzer hauptsächlich mit Informationen konfrontiert werden, die ihre bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Meinungen ausgeblendet werden. Dies kann zu einer Fragmentierung der öffentlichen Meinung und einer Verringerung des gemeinsamen Diskussionsraums führen. Die große Menge an verfügbaren Informationen stellt eine weitere Herausforderung dar. Die Informationsflut kann es den Lesern erschweren, relevante und vertrauenswürdige Inhalte zu finden. Dies erhöht die Verantwortung der Autoren, qualitativ hochwertige und gut recherchierte Texte zu erstellen. Gleichzeitig müssen Leser kritische Fähigkeiten entwickeln, um die Zuverlässigkeit von Informationen zu beurteilen. Diese Entwicklung hat die Bedeutung von Medienkompetenz und kritischem Denken verstärkt. Fake News und Desinformation sind ebenfalls bedeutende Probleme in der digitalen Ära. Die schnelle und weitreichende Verbreitung von Informationen macht es leicht, falsche oder irreführende Inhalte zu verbreiten. Autoren und Plattformen stehen vor der Herausforderung, Mechanismen zu entwickeln, um die Verbreitung von Desinformation zu verhindern und das Vertrauen der Leser zu gewinnen. Dies erfordert eine sorgfältige Überprüfung der Quellen und eine transparente Kommunikation. Die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist ein weiterer wichtiger Faktor. Digitale Medien haben traditionelle Geschäftsmodelle im Verlagswesen und Journalismus unter Druck gesetzt. Kostenlose Online-Inhalte und sinkende Werbeeinnahmen zwingen viele Medienunternehmen, neue Wege zur Monetarisierung zu finden. Dies kann zu einer verstärkten Abhängigkeit von Klickzahlen und einer Tendenz zu sensationellen oder reißerischen Inhalten führen. Autoren müssen daher einen Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Zwängen und journalistischer Integrität meistern. Die digitale Kluft, also der ungleiche Zugang zu digitalen Technologien und dem Internet, beeinflusst ebenfalls die Autor-Rezipienten-Kommunikation. In vielen Teilen der Welt haben Menschen keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Internet, was ihre Möglichkeit, an der digitalen Kommunikation teilzunehmen, erheblich einschränkt. Autoren und Plattformen müssen Strategien entwickeln, um diese Kluft zu überwinden und eine inklusive Kommunikationslandschaft zu fördern. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME BY deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!